Der Bundesanwalt Ein herausragendes Merkmal des Rechtsstaats ist ja das Folterverbot. Nun wollen Sie aber den ermittelnden Behörden erlauben, unter Folter gewonnene Erkenntnisse zu verwerten. Führt das das Folterverbot nicht an Absurdum und kann man jetzt nicht im Ausland einfach foltern lassen? Dann sind Sie also ein Vollfossen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017